Ich möchte ja irgendwo für gut sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Kann ich die rumschieben vielleicht? Oh, Entschuldigung. Hm, keine Ahnung. Peinlich nicht. Stirb! Das wäre voll böse, wenn ich in den Abgrund fallen würde. Und ich könnte die einfach nie wieder sammeln. So. Aber ist doch schön, jetzt haben wir schon mal eine Kugel von dreien. Äh. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück. Vielleicht schon aufgrund der Tatsache, weil hier noch Edelsteine liegen. Müssen zwar nicht viele sein, aber immerhin ein paar. Ja, hier sind schon mal zehn Stück. Wie habe ich denn jetzt? Schon über die Hälfte. Sehr gut. Viele Gegner kommen scheinbar auch nicht mehr. War ich nicht gerade noch ein... Ach, da ist er, okay. Ich... will ich noch... will ich schon rüber? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Nein, will ich definitiv noch nicht. Äh? Nicht zu weit. Oh, Alter. So. Gut, ähm... Achso, ich bin ja schon rübergesprungen, ne? Stimmt. So, dann gehen wir hier erstmal lang. Bäh. Boah. Jetzt war schon wieder so knapp. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Da hinten war die Aufgabe, genau. Komm ich an diese Dinger nur mit dem... Lava-Brocken, oder? Wie sieht's aus? Nein. So, okay. Und Nummero... Zwei. Wop. War auch so blöd zu lachen. Mensch. Ich glaube, hier kam ich her, ne? Aber ich will mal hier mit so einem Typen von denen reden. Aber die wollen nicht mit mir sprechen. Und dann kam ich hier halt nicht her. Gut. Hä? Oder... Also, ich würde sonst nicht einfallen, warum ich die Sachen hier noch nicht hab. So, stirb. Stirb, komm. Ich werde ja sehen, wenn am Ende was fehlt. Mach mir den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Was war das? Das sah lustig aus. Okay, jetzt sind auf jeden Fall nur drei Gegner. Oh, das sind auf jeden Fall noch viel wichtiger. Ein paar Edelsteine. So, da ist nur der hier. Und der dort drüben. Huch. Unsere Glockentürme sind von Trollen überfallen worden. Du könntest helfen. Aber du kannst die nur schlagen, wenn dieser Powerpunkt aktiv ist. Okay, gut. Wie viel hab ich denn jetzt? Okay, zwei Gegner für mich noch. Das sollte machbar sein. Und die sind da hinten auch. Beziehungsweise, da hinten sind drei, aber... Verdammt. Was? Der lebt noch? Moment, achso, da hinten ist nur so ein Freundviech Ein Freundviech, genau Was, das sind ja Homie-Schüsse Was soll denn der Scheiß Ich hab keinen, keinen Freund mehr Kein Sparks mehr Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen der bösen Zauberer befreit Nimm bitte diese Kugel Ich sehe, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird Dankeschön Eine Kugel krieg ich dafür, warum das denn? Weil ich alle Gegner besiegt hab, oder was? Krieg ich jetzt keinen Talisman mehr? Ach, ich krieg eine Kugel für den... Ah Okay, ich muss das Banner verbrennen, so Jetzt verstehe ich Also so halb irgendwie Ah, das ist gut Das ist sehr gut Weil jetzt hab ich ja quasi Ähm Tier Powerpunkt Activation Was ist das denn für ein Powerpunkt? Unsere mystischen Glockentürme sind von Trollen überfallen worden Und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet Ich habe einen Feuerspruch an den Trollen ausprobiert Aber das machte sie noch verrückter Dieser Super-Eis-Powerpunkt wird die Trolle abkühlen Aber die Glocken müssen endlich läuten Sie läuten, wenn du dagegen läufst Tolle Einfrieden gegen Glockenlaufen, damit sie läuten Okay Dennoch verstehe ich jetzt nicht so ganz Äh, was ich da jetzt machen soll Also sterben ist auf jeden Fall die schlechteste Alternative Würde ich mal behaupten Oh, jetzt bin ich schon wieder bei dir Warum verspreche ich dich nicht automatisch, wenn ich die Quest annehme Die Quest, genau K-W-E-S-T Seid ihr Trolle, oder? Oder wie jetzt? Blaaa Verstehe ich das noch nicht so ganz Ah Ah, okay Jetzt verstehe ich doch so langsam Aber sicher Was ist denn, wenn ich dagegen laufe? Okay, damit befreie ich die nur Ich check das irgendwie noch nicht so ganz Seid ihr jetzt die Trolle, oder wer ist jetzt der Troll? Hä? Ich bin grad ein bisschen Hä? Okay, von da oben komm ich auch nochmal Oh, jetzt muss ich hier auch noch von dem Vorsp... Mein Gott Ist das ein Käse hier? So Mal die Gefrierung ein bisschen auffrischen Ein paar Und Wie komm ich denn da hoch? Okay, da muss ich erstmal gucken, wie ich das jetzt mache Weil wenn ich die schiebe, dann gehen die nicht kaputt, oder so Hm Ich bin grad echt am überlegen Okay, das ist logisch Weil er springt dann ja so hoch Und dann hab ich ihn hören Öpsa Und kann da hoch, genau Äh, hä? Ich bin nur dagegen Ich bin sogar dagegen gesprungen Herrgott Ich begreife das nicht Achso Okay Aber dennoch begreife ich noch nicht so ganz Wie ich jetzt da hochkommen soll Achso, okay So, und Zack Zu hoch Scheiße Warte, jetzt brauche ich dich wahrscheinlich als Leiter Oder? Hä? Verdammt Scheiße Geh nicht ganz so hoch Nein Nein Nicht machen Oh, das ist ein Scheiß Ich mag das nicht Ich weiß gar nicht, ich kann hier fliegen So, jetzt springen und Bäm Jetzt willst du dafür wohl eine Kugel haben Ich fürchte, das geht nicht Äh, da ist noch eine Glocke übrig Äh, du kannst sie mit dem Wirbelwind hinter mir erreichen Okay Also wieder schön auffüllen Ach du heiliger Bimba Ich mach jetzt erstmal hier die Die Edelsteine, die sind mir jetzt gerade jetzt wichtiger So Nummer 20, sehr gut Fehlt mir jetzt noch 35 Stück noch, ey Boah So ein bisschen mehr als gedacht So Ach So, okay Und zielen und Danke, Spyro Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst Hier hast du ein Andenken aus dem Souvenirladen von Wolkentempel Von dem Wolkentempel Dankeschön Oder so So, 54 Kugeln haben wir schon Perfekt Ich hab keine Ahnung, wie viel es hier gibt, aber Ich muss da nochmal hoch, weil ich Da gibt es ja bestimmt noch was, oder? Da oben zum Beispiel Da, über mir Da ist doch was Ah, da ist eine Rakete, okay Nein Kann ich die mit Eis zünden? Okay, jetzt muss ich schnell zu sein, ja, verdammte, der hat nicht mehr nach oben gezogen, die Zau So Und jetzt Ja, super, geil Und Okay, ein 25er ist dabei, das ist sehr gut Ich mag die 25er Film mir das noch einer? Jawohl Ho, 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 ho Tito, di Und alle Gegner getötet, gut Wir verlassen einfach das, oder? Ne, komm, wir nehmen den offiziellen Weg Weil wir es können Hier bin ich aber falsch Nein Auch Nein Nein Ach, fick dich Aber wir haben jetzt doch alles, oder? Ja, wir haben den Tempel geschafft, das ist sehr gut Ah, okay, komm Jo Ist aber 18 Uhr Wow Moment Wo, 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 wo muss ich überhaupt lang? Wo laufe ich gerade überhaupt lang? Ich würde total ver... Oh, kann ich mir noch ein Leben holen? Und? Och, Mann Ich habe gedacht, weil ich jetzt eins verloren hätte, wäre es ganz cool gewesen, wenn ich jetzt noch eins bekommen hätte Quasi als Ersatz Äh Äh Aber dem ist leider nicht so gewesen So, offizielles Ende, ich komme Vorwort im Tempel wäre geschafft, super das war gar nicht mal so schlimm, wie ich eigentlich gedacht habe Jetzt Liebe auf den ersten Blick. So, ich hab' aber geguckt. 590 Frame Drops. Ist das nicht schön? Also es geht eigentlich, ist eigentlich nicht so schön, aber gut. Was willst du machen? Ähm, mach ich noch ein Level? Ja komm, eins mach ich noch. Eins mach ich noch. Oder? Was hab ich denn noch vor mir? Äh, schau einfach mal nach. Hinter Tundra. Ja, gut. Ja komm, eins mach ich noch. Weil, ähm. Mach ich das? Zaubersumpf. Bäh, nee, das hört sich blöd an. Ich will jetzt ein angenehmes Level haben. Was wollte ich jetzt sagen? Äh, eins mach ich noch, weil... Oh, ich seh, du weißt, was Kugeln wert sind, Spyro. Dieses eigenwillige Tor sollte mit deiner beeindruckenden Kugelsammlung perfekt funktionieren. Blah, das haben wir schon tausendmal gehört. Genau, Metropolis. Nee, weil, äh, dann kann ich beim nächsten Mal das Spiel vielleicht sogar beenden. Also zumindest die 100 Prozent, natürlich, ne? Joa. Punkt, eigentlich. Ein Schwein mit einer Rakete. So, wie viel gibt's denn hier? Vier Kugeln, ach du heiliger Bimber. Das hört sich echt nicht gut an. Das ist ein verworrenes Kacklevel. Dieser Aufstand auf den Höfen ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Jemand muss da wieder für Ordnung sorgen. Such die Erfinder-Droidin. Sie arbeitete an was Großem. Okay. Äh? Wow. Ah, ein Kraftfeld. Sehr gut. Da gibt's nicht eigentlich 22. Okay. Äh. Ach, ich hänge da irgendwie fest. Okay. Hier sind aber keine Edelsteine mehr, ne? Gut. Aber ich hatte die erste Mal nämlich fast übersehen. Kühe mit Laserkanon. Oh mein Gott. Astronauten-Kühe. Die Fahrstühle müssen dringend überholt werden und es ist kein Geld da. Dieser hier steckt fest, siehst du. Ich glaube, er geht wieder, wenn du mal ordentlich drauf haust. Hm, was wir da wohl machen müssen. Eine sehr gute Frage, Dennis. Baaah. Pff. Also ich wusste es jetzt wirklich nicht. Ich hab's mir einfach nur gedacht. Ah, da ist es wirklich nicht schwer drauf. Oh, Zehner. Es ist nicht schwer gewesen, darauf zu kommen. Also Lillow ist gefehlt mir ein bisschen... Wow. Der ist ja gerade ein Schwein auf mich zugeflogen auf einer Rakete und ist explodiert. Suicide-Schweine. Ein bisschen gefehlt mir das Lillow eigentlich ganz gut, so vom Design her und so. Boah. Okay.